Hi, ich bin Judith und studiere schon seit mehreren Jahren hier in der Hochschule in Fulda. Was die Hochschule so besonders für mich macht und warum es mehr als nur ein Lernort ist, das möchte ich dir gerne zeigen. Alles befindet sich zentral auf einem Campus. Ich kann also jede Lehrveranstaltung bequem zu Fuß erreichen. Außerdem mag ich die persönliche Atmosphäre zwischen den Studierenden und auch den Lehrenden. Wir kennen uns hier alle. Auch neben dem Studium verbringe ich gerne meine Zeit auf dem Campus. Zum Beispiel sitze ich gerne mit meinen Freunden vor der Mensa und esse hier oder spiele Karten. Nach den ersten Eindrücken unserer Hochschule willst du sicherlich wissen, wie man sich für einen Studiengang bewirbt oder was es mit Hochschulstart auf sich hat. Ich zeig's dir. Zuerst startest du auf unserer Website www.hs-fulda.de. Hier kannst du aus über 50 Studiengängen wählen und dich vorab detailliert informieren. Auf der Infoseite der Studiengänge siehst du, welcher Studiengang zulassungsbeschränkt ist und nur eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen zur Verfügung stellt. Du hast dich für einen zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengang entschieden? Da musst du dich vorab einmalig bei der Plattform Hochschulstart registrieren. Hier trägst du ganz einfach deine persönlichen Daten ein und legst dir einen Benutzernamen und dein Passwort an. Danach erhältst du deine Bewerber-ID und BAN. Notier dir unbedingt alle wichtigen Infos. Um dich nun für deinen Wohnstudiengang zu bewerben, wechselst du auf das Bewerbungsportal der Hochschule Fulda in das Bewerbungsportal app. Hier fügst du die BID und BAN-Nummer ein, sodass deine bereits eingegebenen Daten übernommen werden und du direkt mit der Bewerbung auf den Studiengang beginnen kannst. So sparst du viel Zeit. Erledige diese Schritte unbedingt bis zum Bewerbungsschluss. Auf hochschulstart.de musst du deine Bewerbungen in eine persönlich festgelegte Reihenfolge bringen, wenn du dich bei mehreren Hochschulen bewirbst. Diese Priorisierung ist wichtig und sollte am besten von dir innerhalb der Bewerbungsfrist festgelegt werden. Klicke einfach auf Bewerbung priorisieren. Mit den Pfeilen kannst du deine Bewerbung verschieben. Setze deinen Wohnstudiengang der Hochschule Fulda auf Priorität 1, damit du deine Chance auf einen Studienplatz bei uns erhöhst. Schau unbedingt immer wieder in das Bewerbungsportal, um auf dem Laufenden zu bleiben und den Status deiner Bewerbung zu kontrollieren. Wenn du ein Zulassungsangebot erhalten hast, nimmst du deinen Studienplatz über die Bewerbungsportale an. Siehst du, so schwer ist das doch gar nicht. Lass uns deine Fragen gerne hier unten in den Kommentaren da. Natürlich kannst du dich aber auch an den Bewerbungsservice wenden. Die netten Kollegen haben mir damals auch meine Fragen beantwortet. Das geht telefonisch oder per E-Mail. Ich wünsche dir ganz viel Glück und hoffe, dass wir uns bald hier auf dem Campus sehen. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ich wünsche dir ganz viel Glück und ich wünsche dir ganz viel Glück.